Wir als Werft sind natürlich sehr glücklich, dass die Arbeiten am Kaiserville hier in Launenburg geblieben sind und bedanken uns natürlich für die vielen Vorarbeiten, die gemacht worden sind, um das zu ermöglichen. Und wir werden unser Bestes geben, dass der Kaiserville dann die Attraktion bleibt und noch zu steigern ist. Und das ist natürlich dann die Anforderung an den Verein, insbesondere im Reich, dass dann auch das Ganze mit Leben erfüllt wird. Und darauf hoffe ich und wünsche also auch dem Kaiserville alles Gute und bedanke mich nochmal recht herzlich im Namen der Welt. Danke. 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 Danke.